Musik Boah, ich schwitz wie ein Schwein, ey. Ja, mir wird jetzt auch schon langsam wieder wärmer. So Regenwetter wie jetzt hier auf der Brücke wäre mir lieber. Das stimmt allerdings. Ich sollte den Nackt jetzt planen, das wäre nicht so warm. Da musst du aber auch Facecam machen, damit man zumindest so deinen Oberkörper sieht, weißt du? Ich sag dir, da kriegst du innerhalb von zwei Wochen 20.000 Abonnenten und 90% davon sind Frauen. Und die restlichen 10% sind Schwule. Das glaube ich jetzt mal weniger. Was denn? Also ich sag mal, wenn du eine Frau bist und hast... Äh, du weißt schon. Du hast ordentlich was, was du dann auch schön zeigen kannst, dann äh... Gibt's aber ganz viel, nur deshalb abonnieren. Ja, gut, bei Frauen ist das logisch, aber bei Männern ist das wieder was anderes. Ach, was? Genau das Gleiche. Oh, das war's. Sexy Menschen wie uns gibt's halt. Haha, was? Sexy Menschen wie uns? Na, da hast du wieder recht, ja. Okay. Jetzt hätte ich dir fast in die Backe geschossen. Wenn du mir in die Backe schießt, dann wird das aber nix mit nackt kämen. Narben sind auch sexy, weißt du das? Na, ob man Schuss wohnt. Na, ob man Schuss wohnt. Der Bulli bewegt sich noch, ich glaube es hackt. Kann man hier eigentlich auch runterfallen? Nö. Ich weiß es nicht, das Ding rutscht auf jeden Fall da runter. Ist das eine Telefonnummer da? 92467? Ja. Ist aber ein bisschen zu lang als wie 110, oder? Ja, ne, das ist ja nur der Transport hier. Achso, ich dachte das wäre Polizeitelefonnummer oder so. Weißt du schon, diese Autos, wo überall rumstehen, so, miete mich. Ja, genau. Äh, da fehlt noch eine Säge oder sind die schon wieder gejammt? Ich glaube, die sind schon wieder gejammt. Mann, diese SWAT-Kerle treffen sowas von 1a. Oh, was ist das? Das muss ein Säge. Ich habe heute noch keinen Zivi erschossen. Nee, ich habe schon den dritten erschossen vorhin. Machst du denn auch? Ja, ich aim immer, will ballern, dann läuft immer einer von der Seite rein, verstehst? Weil sie können. Ich bin Zivilist, ich laufe einfach. Mich erschießt schon keiner. Das war auch der Motto. Die eine habe ich wieder gestartet. Das hat ja in GTA auch schon immer gut funktioniert, dieses Thema. Von rechts? Wo ist der denn? Uh, leg dich auf den Boden, du Depp. Ah, nicht der Hacke. Oh, was ist das hier denn? Au! Sind hinter uns! Echt? Ja, zwei oder drei Stück. Kleine fiese Mops, die sich so eingeschlichen haben. Ich bin auf jeden Fall down. Und bist du denn schon wieder down? Hilft dir schon einer? Der sind beide da, aber wir gehen jetzt gleich alle drei down, so wie es aussieht. Ja, ist auch super. Ja, von allen Seiten Bullen. Ich weiß ja, wie das läuft. Lauf weg. Lauf einfach weg. Ich mach das schon, ja? Ich würde ja immer die Hüte fliegen von den Polizisten, wenn du die triffst. Das war heroisch von mir, verdammt nochmal. Wir vergeigen gerade die ganze Mission schon zu Anfang. Ich würde mal sagen, wir sind zu aggressiv unterwegs, kann das sein? Oh, 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 hinter uns ein Helikopter gelandet. Oh, da landet gerade seine Troppen da so, um die mal irgendwie auszuräumen. Die Cloaker wahrscheinlich, oder? Ja, die sind Cloaker. Ich hasse Cloaker. Die brauchen nur einen Hit und du bist down. Wenn sie nah an dir dran sind oder was? Ja, ja. Und die fressen hauptsächlich Muni. Fuck, keine Muni mehr. Da wollte er sich wegrollen. Rollenbobs. So, ich restarte das. Warum ist denn Dallas schon wieder gefangen genommen? Weil der down gegangen ist. So ein Spassi. Ich muss mal alle Waffen durchladen, hey. Das ist alle leer. Ich habe auch eine Geisel genommen, aber... Oder hast du eine genommen? Nee, ich habe keine genommen. Du weißt doch, wie er schießt, Zivilisten. Ah, jetzt können wir tauschen. Guck. Ah, er schiebt den Zivil erschossen. Verdammte Kacke. Du musst aber sagen, die sind alle schwarz gekleidet. Die sehen wirklich aus wie Polizisten auf den ersten Blick. So, Dallas ist wieder da. Yeah, Dallas ist da. Wir geben denen drei Hostages, wenn sie endlich mal aufhören, hier auf uns zu schießen. Verdammt. Werden sie nicht machen. Weißt ja, Amis verhandeln nicht. Ja, offensichtlich schon. Oh, au. Die sind immer vor die Plauze geschossen. Was sollen das? Die haben dich halt nicht lieb. Yo, check it. Hier ist er. Nee, ist er nicht. Es sind alle Chinesen, aber es sind die falschen Chinesen. Ach so. Das ist wie mit den Glückskeksen, ja. Aber es ist doch der hier. Ja, doch. Yay, level up. Woah. Go, 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 go. Da liegen die ganzen Helme, du. Hier sieht man halt auch mal wieder, dass das Spiel nicht durch Grafik lebt. Nee, tut's auch nicht. Ich meine, es ist so simpel gehalten. Ja, aber es ist gut. Eben. Auch von der Missionsstruktur her. Das hast du am Anfang den leichten Einstieg und dann ist die Kacke am Dampfen. Ja, und es motiviert halt. Es motiviert absolut, das immer wieder zu probieren. Ja, besonders mit den ganzen Unlocks. Ich meine, desto mehr unlockst, desto einfacher machst es dir eigentlich. Ja, ja. Move, 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 move. Unruh, go, go. Up to the top. Keep moving. Go, go, go. Nerv police. Nerv police. Nerf police. Sie nennen mich Inspector Gadget. Schon mal eine Schrotflinte im Gesicht gehabt? Schöne, wenn man da gerade nachladen muss. Trotflinter to the face. Schon, ja. Nein, nicht schon wieder nachladen, wenn der direkt neben mir steht. Wenn der Typ jetzt einmal laufen würde. Oh, fuck, das sind zwei Leute. Komm, Leute, keep it together. Unsere KI-Kollegen sind draußen. Vorm Gebäude. Ja, ich merke das schon. Das kann doch nicht sein, warum laufen die nicht mit? Seid ihr dumm oder dumm oder was? Da steht ein Bulle neben mir. Die Typen mit ihren grünen Masken, die sind sowas von... Oder schwarzen Masken, die so weiße Dinger anhaben. Die sind so nutzlos. Ja, das sind die FBI-Typen. Scheiße. Siehst du das, was ich sehe? Die Typen sind down. Nee, da draußen war so ein Dicker. Bulldose. Oh! Warum sind es auf einmal so viele Bullen? Ich weiß nicht, Chains ist doch gar nicht down. Doch, wir sind beide down. Also, für mich läuft der noch da rum. Für mich sind beide down. Wir werden beide aufs Downhang gezeigt. Egal, wir nehmen oben nochmal Geiseln. Oben sind ja noch so Worker. Ich gehe das schon mal machen. Gott, geht's hier jetzt so. Wenigstens levelt man hier auf dieser Map ziemlich geil. Gott, sind doch die Leute hier unten. Wow, ist er einfach neben mir gelandet. Ach, so kacki. Wo ist denn La Chinesi? Warum, warum ist der immer noch da unten? Chinese people can't run. Der ist aber immer noch für dich auch noch ganz unten, oder? Ja, ja, der ist unten an der Treppe. Der kniet da rum. Oh, shit! Ja, ich bin, ich bin, ich bin so richtig down. Das ist nicht gut, wenn du down bist. Für uns erstmal ein KI-Buddy wieder. Beweg dich, du Stück! Geh da einen Schritt, dann setzt er sich wieder hin. Geh, anti-süß-sauer, lauf! Yeah, level up, Gott sei Dank. Du gehst ja kaputt, hä. Chance ist wieder da. Ja, hab ich da wieder geholt. Puh. Au! Wieder von irgendwo angehittet. Komm schon, Chinese, lauf. Bitte. Asiate. Entschuldigung. Ich wissen ja nicht, ob es ein Chinese ist. Doch, ist ein Chinese, steht oben links. Scott the Prisoner steht bei mir. Ist ja bei dir der Chinese oder was? Bei mir ist die chinesischen Gefangenen. Ein Chinese Prisoner. Machst du das? Ja, bin schon dabei. Ist ja lustiger, wenn es ein elektrisches Stuhl wäre. In a couple of minutes. Das müsste man besser durchplanen, dass der viel schneller da ist. Ich hab ne Geisel genommen. Sehr schön. Hammer, wenn ich's nur eine. Die du eigentlich auch gleich wieder gegen den vierten KI-Kameraden da eintauschen könntest. Bin ich gerade dabei. Alles klar. Dann ist Dallas hoffentlich wieder nicht dabei. Außer der muss von unten irgendwo herlaufen. Es ist sowieso so dumm. Da lassen sie ihn wieder frei, dass sie gegen die Polizei kämpfen. Weißt? Ey. Leg dich hin. Legst du. Ich hab mir dem gerade in den Fuß geschossen. Leg das nicht wenigstens hin. Alter, der wollte doch nicht. Ach, das war ja der, der dann eingetauscht wurde. Machst du denn zu schossen, oder was? Schade. Haha, du bist frei. Haha, Fade. Oh, sie sind direkt hinter mir. Hallo. Ein Leid. Pfeffer drüber Loller 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 ich hänge da irgendwo in der Wand das waren 2 Polizeiaubschrauber, das sind einen Haufenweise Leute ab Einen Haufenweise Leute sterben jetzt durch mich Du brauchst unbedingt eine PKP ne PKP Deine Battlefield-Waffe, PKP. Ja, ja, ich weiß. Ich bin eine kleine Prinzessin und schieße euch alle ab. Ich töte euch mit meiner Federboa. Au! Du hast noch nicht viele Leute gekonnt. Oh ja, caramba! Komm mal, die Treppe hoch! Hey, weißt du, das ist normal. Was ist denn Overkill? Overkill halt. Wobei das eh lustig ist da, weil Overkill ist erstens der höchste Schwierigkeitsgrad und zweitens das Entwicklerstudio. Die heißen auch so. Ah. Wird wahrscheinlich das sein, was die gerade so noch packen. Irgendwie nach 20.000 Versionen. Oder auch nicht packen. Wir geben denen was, was sie niemals schaffen. Dann spielen die das ewig. Hahaha. Ihr Genieus. Ich raum einen Magazin nach dem anderen da rein. Okay, der Sturmangriff ist vorbei. Kannst du aber sagen was, die Welt ist ja auf einen ziemlichen Polizistenverschleiß. Joa, die Stadt hier, die ist aber auch nicht, äh, nicht so, dass sie da irgendwas gegen tun wollen. Nicht so viele Polizisten sterben. Ach, das ist ja egal. Da kommt das Flugzeug und... Er fliegt vorbei. What? Was zum Teufel? Das ist mir auch noch nie passiert. I'm missed. I'm missed. Ich schieße dir gleich durch das Cockpit durch, ey. Was ist denn jetzt los hier? Ist das ein Random Event? Kann das sein? Ja. Huch, da ist ein Sniper. Die Straße unten wäre frei. Das ist natürlich super, ne? Wir brauchen fürs nächste Mal bessere Piloten. Unbedingt. Wir nehmen nicht mehr die aus den gelben Seiten. Okay, Sniper ist down. Wann kommt denn der Typ? Ja, ich hoffe bald. Da kommt er. Jetzt trifft gefälligst. Zack, gegen das Gerüst. Jetzt hat er. Ja, ist er mitgenommen. So, jetzt gleich runter. Komm, komm, go, go. Da möchte ich nicht dranhängen an dem Ding. Also die Sentry habe ich noch. Sehr gut. Da ist einer, da ist einer. Vorsicht. Ups. Da war auch einer. Okay. Der vollen Arschgerät. Go. Los, go, go, go. My friends. Now it's time to get you guys out of there. Go down from the tower and move further along the way. Ups. Du laufst an Polizei vorbei. Ja, ich weiß. Auch ein Stück weit hinter die, damit ich die aus der Deckung rausballern kann. Ich hätte gern so ein First-Person-Cover-System über Killzone. Aua, 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 aua. Scheiße, ein Schild. Ist schon da. Because I'm also... Ah, da ist noch ein Schild. Das macht Chance, der Kug nur blöd. Ich bin hingefallen. Ich bin hingefallen. Ich habe mir den Fuß verknackst. Kann nicht mehr aufstehen. Okay. Wie viel da einfach mal kommen würde, ne? Ich weiß nicht. Hört dieser Assault jetzt eigentlich überhaupt noch mal auf dann? Oder? Äh, ne. Wenn die Zeit oben läuft, ist es unendlicher Assault. Ich würde ich durchballern, so schnell wie es geht. Fuck, da kommt ein Schild. Ja, das Schild behaktet mich gerade so ein bisschen. Aua, 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 aua. Ich bin echt kein Freund von Schild. Okay, ein Schild down. Fickt euch ja hier auf den Sentry. Ich konnte es nicht mehr halten. Fuck. Komm immer bis hier hin, weißt du? Das ist noch nicht vorbei. Gibst du gerade Chains? Ja, ich habe rechts die Sentry aufgestellt. Die ballert gerade. Oh, da sollte die ballern. Scheiße, unser Kumpel ist weg. Ja, scheiß drauf. Ja, das ist Schild. Boah, sind die aggressiv. Ey, ich denke, ich tue überhaupt nichts. Doch, das ballert immer, wenn es piepst. Ich bin down. Warum seid ihr alle down? Scheiße, ey. Immer hier. Echt nicht wahr, ey. Das darf es doch jetzt nicht geben, oder? Jetzt bin ich der Einzige. Ja. Respawning. Hä? Okay. Drei Minuten 25. Überlebst du so lange? Du bist lustig. Ich bin schon froh, wenn ich die nächsten 10 Sekunden überlebe. Ich habe keine Muni. Das ist das Problem jetzt. Ich bin down. Klasse, ey. Oh, man. Ja, machen wir morgen weiter, würde ich sagen. Ja, das ist das Problem. Ja, das ist das Problem.